Hochpräzise Höhenprofilerfassung und echte 2D-Flächenausgabe zur Diagnose und Dokumentation. Die einzigartige SmartRunner-Technologie vereint beides in einem kompakten Gerät. Die Technologie basiert auf dem etablierten Laser-Lichtschnitt-Verfahren, das unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit hochpräzise Profilerfassung ermöglicht. Eine projizierte Laserlinie wird von einer im Sensorgehäuse nach unten versetzten Kamera erfasst. Das Höhenprofil kann per Triangulationsprinzip berechnet und in Weltkoordinaten ausgegeben werden. Einzigartig macht die Sensoren der SmartRunner-Familie die zusätzliche Ausgabe echter 2D-Bilder. Dank der integrierten Vision-Kamera können so erstmals Prozesszustände und Qualitätsmerkmale automatisch dokumentiert oder Fehlerbilder zu Diagnosezwecken erstellt werden. Je nach Sensorvariante lassen sich außerdem Data Matrix-Steuercodes erzeugen, die dann schnell und einfach zur Vervielfältigung von Parametern verwendet werden können. Dabei ist das Sensorgehäuse auf einfache Integration optimiert. Der Einsatz eines Umlenkspiegels realisiert eine virtuelle Basislängen-Erweiterung, die höchste Präzision in kompakter Bauform ermöglicht. Darüber hinaus vereinfacht der um 90 Grad schwenkbare Stecker die Installation deutlich. Laser-Profilsensoren mit SmartRunner-Technologie Einzigartige Kombination aus Laser-Lichtschnittverfahren und 2D-Wischen-Technologie in einem Gerät. Schmerzungen mit SmartRunner-Technologie Musik 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 Musik